Hallo und willkommen zu diesem neuen Video. Heute gibt es eine weitere Folge der Counter-Serie-Reihe, denn Omega Wurstbrot hat sich gewünscht, dass ich da mal ein bisschen über Widowmaker das Ganze mache. Das heißt, heute gibt es einen Widowmaker-Counter-Guide, also wie ihr am besten gegen Widowmaker spielt, wie ihr euch gegen sie verhalten solltet und auch welche Helden sie countern. So, um einfach mal direkt mit den Helden anzufangen, da gibt es eigentlich sehr viele Varianten, wie man Widowmaker-Countern kann. Es gibt einmal ein bisschen, sag ich mal, die Skill-Variante. Ihr könnt einfach selber Widowmaker nehmen oder Hanso. Also, Hanso ist da, würde ich sagen, nochmal besser. Der hat einen Vorteil gegenüber Widow, weil er auch ein Sniper ist, auch Headshots machen kann und die dann One-Shotten, aber dass er sich halt besser bewegen kann. Er ist nicht so festgewurzelt, einfach wenn er am Zielen ist. Und Widowmaker hat auch gefühlt eine einfachere Headshot-Hitbox als Hanso. Wenn ihr euch sicher seid, dass die gegnerische Widow kein Problem für euch ist, dann könnt ihr es auf jeden Fall machen. Wenn ihr sie konstant töten könnt, dann ist es auf jeden Fall ein super Counter. Also, dann macht man damit nichts falsch, wenn man dann selber Widowmaker nimmt. Man könnte es auch mit Ashe machen, aber wirklich nur, wenn man einen Damage-Boost von der Mercy-Konstant hat, weil sonst bringt das auch nichts. Sonst ist die Widowmaker eigentlich überlegen, wenn sie jetzt nicht viel schlechter ist. Und das gilt aber auch nur für Overwatch 1 und Overwatch 2. Bald hat ja Widowmaker wieder 200 Leben und dann würde der Damage-Boost auch nicht mehr ausreichen, um die zu töten mit einem One-Shot. Zweite Variante ist, die bisschen angenehmere Variante, wenn man DPS spielt, Flanker. Also, Genji, Tracer, solche Helden sind eigentlich die besten gegen Widowmaker. Sie sind einfach schwer zu treffen und können selber auf nahe Distanz gut Schaden machen. Widowmaker hat da eher ihre Schwierigkeiten damit. Und die es eigentlich besonders leicht haben gegen Widowmaker sind Tanks. Muss man einfach sagen, die sind einfach nicht so gefährdet wie Supports und DPS. Tanks natürlich auch. Wir müssen auch aufpassen. Aber sind lange nicht so vulnerabel wie DPS oder Supports. Und da gibt es einmal die Schild-Tanks. Also, vielleicht einen Reinhardt. Ein Sigma, der ist auch ganz gut. Der kann eigentlich das Schild direkt zu Widowmaker hinschicken und dann den ganzen Winkel abdecken. Reinhardt kann, wenn man zum Beispiel mit dem Team dann alle dahinter sind, dann kann die Widowmaker auch nicht viel machen. Also, Schilde schützen auf jeden Fall das Team, wenn man es richtig macht. Aber das noch bessere da bei den Tanks sind einfach auch Dive-Helden. Winston, Diva, Hammond, die sind einfach super gut, um Widowmaker konstant aus dem Fight rauszunehmen, als erstes zu töten und dann ist sie weg und dann hat sie schon mal ein 6 gegen 5 oder ein Overwatch 2, vielleicht ein 5 gegen 4 schon mal erzeugt. Die Tanks kann Widowmaker einfach alleine nicht töten, muss man sagen. Das heißt, wenn sie irgendwo auf einer Sniper-Position ist, ja, da wird sie super Schwierigkeiten haben, wenn ein paar Tanks oder sogar auch nur einer, die diven würde. Okay, dann komme ich mal ein bisschen noch zur Spielweise, wie man sich gegen Widowmaker verhalten sollte allgemein. Einmal solltet ihr, weil ja Widowmaker sehr gut auf lange Range ist, versuchen, die Range irgendwie zu schließen. Das heißt, dass ihr versucht, näher ranzukommen, dass ihr sie von nahe Range bekämpft. Man könnte einfach als Beispiel einen Soldier nehmen. Wenn ihr jetzt einen Soldier gegen Widowmaker 1 gegen 1 habt, auf lange Range, also stelle ich vielleicht Havana den ersten Punkt vor, ganz bei der Tankstelle ist Soldier und Widowmaker ist auf dem Highground. Das ist so weit entfernt, da hast du als Soldier minimale Chancen, den Kampf zu gewinnen gegen die Widowmaker. Wenn du aber manchmal näher dran bist, vielleicht auf ihrem Highground oder so sogar, dann sieht die ganze Sache ganz anders aus. Da hat man auf jeden Fall bessere Chancen, gegen die Widowmaker zu gewinnen, als wenn man jetzt ganz weit entfernt wäre. Soldier hat ja auch einen stärkeren Schadensnachlass auf Range. Dann, wie so typisch bei solchen Helden, die gut Damage machen können, Wände sind euer bester Freund. Beziehungsweise einfach Deckungen, natürliche Deckungen, Steine, Wände, irgendwas, auch die Payload, die voranschiegt, kann euch helfen. Irgendwas, was euch Schutz gibt, dass ihr nicht der Widowmaker ausgesetzt seid. Also damit auf jeden Fall immer spielen. Man sollte die Widow auch, wenn man sie divet, vor allem Diven, beziehungsweise seine Fähigkeiten benutzen zum Diven, wenn sie ihren Grapplehook, also ihren Enterhaken benutzt hat. Stell dir mal vor, ihr springt als Winston auf eine Widowmaker, aber sie geht einfach mit dem Enterhaken ganz weit weg. Dann könnt ihr auch nichts machen. Deswegen können sie vielleicht angehen, aber den Sprung vielleicht dann erst machen, wenn sie das schon benutzt hat, beziehungsweise auch erst auf sie zugehen, wenn sie es schon benutzt hat. Und dann ist sie einfach verletzlicher. Das ist jetzt auch auf andere Helden zu beziehen, nicht nur auf Winston, Widowmaker. Wenn sie diesen Enterhaken benutzt hat, kommt sie einfach nirgendwo gut weg. Erst so richtig rein, wenn der Enterhaken weg ist. Oder wenn ihr sicher seid, dass ihr sie so schnell tüttet, dass sie es nicht mal schaffen kann, den zu benutzen. Ihr solltet auch, wenn ihr dann mal nicht mit Deckung spielt, sondern irgendwo vielleicht doch auf einer offenen Fläche seid, die Widowmaker euch sieht, solltet ihr auf jeden Fall viele Richtungswechsel machen und auf gar keinen Fall springen. Okay, vielleicht wäre noch ein Held wie Hanso, okay, der kann noch mitten im Sprung seine Richtung ändern, bis er so irgendeine andere Heldende hat. Genji kann ja auch irgendwo hin dashen. Aber prinzipiell solltet ihr nicht einfach so springen. Dann ist einfach euer Laufweg viel berechenbarer und die Widow hat es einfach viel einfacher euch zu treffen. Richtungswechsel machen ist eigentlich schwieriger. Das heißt, solltet ihr öfters mal links, rechts gehen, auch ein bisschen, nicht in den gleichen Rhythmus, sondern einfach ein bisschen alles abwechseln, dann ist es auf jeden Fall schwieriger für die Widowmaker zu treffen. Bei Widowmaker kann man eigentlich auch ganz gut mal zwischendurch sneaken, dann geht der Kopf auch mal hoch und runter, macht es auch ein bisschen schwieriger, Headshots zu treffen. Dann eine wichtige Sache gegen Widowmakers Ult, das heißt, ihr Wallhack, da bekommt das ganze gegnerische Team ja einen Vorteil, vor allem die Widowmaker, die benutzt es am meisten. Da könnt ihr, wenn ihr irgendwo peaken wollt, irgendwo flanken wollt oder irgendwie sowas, wenn ihr merkt, ihr würdet jetzt hinter eine Wand hergehen, ihr wisst aber nicht, wo die Gegner sind, weil ihr seht sie ja nicht durch die Wände, die Gegner schon, ihr könnt einfach dann kurz vor der, bevor ihr von der Ecke rausgeht, stehenbleiben, beziehungsweise einen Schritt zurückgehen. Dann, wenn zum Beispiel, dann, wenn eine Widowmaker auf euch guckt, dann wird da wahrscheinlich ein Schuss kommen. Das heißt, weil sie ja auf euch wartet, um um die Ecke zu kommen, wird sie selber versuchen zu schießen und euch dann im Lauf quasi zu töten, dass sie es so selber einberechnet hat. Also das ist so ein Test, um zu gucken, ob ihr im Visier gerade seid, beziehungsweise um einfach ihren Schuss rauszubaiten und dann könnt ihr, wenn der Schuss weg ist, könnt ihr besser um die Wand gehen oder sie dann diven oder so. Erfahrene Widowmaker-Spieler wissen das natürlich, da könnt ihr auch, um auf Nummer sicher zu gehen, vielleicht ein zweites Mal auch diesen, ja, diesen Bait machen. Doppelt hält ja besser, also zweimal einfach das machen, um sicher zu gehen und dann solltet ihr auch auf der sicheren Seite sein. Das gilt jetzt auch nicht nur für Widowmaker, sondern kann ja auch sein, dass einer aus einem anderen Team vielleicht auf euch sonst guckt. Hanzo gibt es ja vielleicht auch, der die Ult super nutzen kann. Deswegen, das ist auf jeden Fall so als Tipp. Und die Ult dauert ja 15 Sekunden. Das hat man jetzt als Spieler vielleicht auch nicht so im Gefühl, wann das jetzt ungefähr endet. 15 Sekunden sind halt schwer einzuschätzen, wenn man gerade auf andere Sachen macht, auf andere Sachen fokussiert ist. Ihr könnt, wenn sie gerade ihre Ult macht, ihre Voiceline sagt, könnt ihr einmal kurz oben auf die Zeit gucken, wo zum Beispiel steht, wie viel Zeit ihr noch habt, um den Punkt einzunehmen oder so und dann einfach minus 15 Sekunden runterrechnen und dann wisst ihr, wann es aufhört. Das ist so auch ein kleiner Tipp. Dann könnt ihr sicher sein, ach, dann ist es zu Ende. Wenn ihr es so schnell nicht ausrechnen könnt, dann empfehle ich euch auf jeden Fall nochmal, euer Kopfrechnen zu trainieren. Hilft euch dann auch auf jeden Fall ein bisschen weiter. Dann eine Sache noch, gegen die Giftmine von Widowmaker, da einfach, dass sie unterbrochen wird, wenn ihr einen Healthpack nehmt. Also einfach irgendeine Heilung nehmen. Wenn ihr gerade in der Nähe seid, natürlich jetzt müsst ihr nicht unbedingt komplett irgendwo anders hinrennen. Diese Mine dauert auch nur 5 Sekunden. Das heißt, wenn ihr länger als 5 Sekunden braucht oder auch 4 Sekunden braucht oder so, um da hinzurennen, dann lasst es einfach. Aber wenn ihr die Möglichkeit habt, nehmt auf jeden Fall eine Heilung, also ein Heilpack. Ihr gebt dann Widowmaker einfach nicht so viel Ultcharge und ihr kriegt auch nicht so viel Damage, der vielleicht von euren Supports dann wieder kompensiert werden muss mit der Heilung. Und das macht das Leben einfach ein bisschen einfacher. Widowmaker hat ja auch Wallhacks auf euch, wenn ihr vergiftet seid. Deswegen der Effekt würde dann ja auch weggespült werden, wenn ihr das Healthpack nehmt. Ja, das war es dann auch schon mit den Tipps. Schreibt gerne in die Kommentare, was für Helden ihr weiterhaben würdet oder allgemein was für Videos ihr gerne haben würdet. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch eine positive Bewertung da, lasst doch ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.